Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele heute den Doktor. Und ich spiele mit den Perks Überladen, Verstört, Ruin und Zermürbende Präsenz. Außerdem ist mein Schockangriff ein Stückchen weiter und die Überlebenden sehen Fake-Paletten. Einmal du und die anderen beiden sind dort oben irgendwo. Eigentlich will ich den nicht so einfach davon kommen lassen. So, den habe ich erstmal erschreckt und der läuft jetzt, da hinten ist schon wieder die Claudette. Claudette? Ne, das ist diesmal eine andere. Okay, das ist meine Besessenheit. Die bringe ich jetzt schön auf Stufe 3. Dann erwischt sie vielleicht nicht ihren Entscheidungsschlag oder sie schafft es nicht durchs Fenster und stirbt direkt vor einem Haken. Auch nicht schlecht. Gut, dann hänge ich die jetzt schnell hier auf. Kein Entscheidungsschlag für dich. So, die andere Claudette hat sich geheilt. Und die Spuren führen in diese Richtung hier unten irgendwo lang. Dort ist jemand. Und die Claudette wurde befreit. So, hallo zu weit. Da sitzt immer noch eine Claudette. Ach, das ist die vom Anfang. Oh, gut gemacht. Habe ich dich einmal. Und du gehst oben lang. Und jetzt hier unten lang. Und jetzt da lang. Wo ist sie jetzt? Was? Okay, egal. Ich gehe hier hin. Hier hat es nämlich gerade eben noch gekracht irgendwo. Dort ist schon wieder eine Claudette. Ich habe es nur aus den Augenwinkeln gesehen, dass da jemand bei meinem Totem saß. So, hallo, zweit. Du liegst jetzt. So, bei meinem Totem sitzt gerade wieder niemand. Zweite hänge ich hier hinten hin. Und ab an den Haken. Zack. Schock. An. So, wir konnten zwei Leute aufhängen. Okay, sie ist schlau. Wenn wir nämlich ganz nah an den Doktor läuft, wird man nicht von dem Schockangriff getroffen. So, du hier runter. Und jetzt hier raus um die Ecke. Und sie hat gesehen, dass ich hier drinnen lang laufe. Darum ist sie draußen geblieben. Wieder rein. Da lang. Hallo. Hallo, Claudette. So, aber du hast wahrscheinlich noch deinen Entscheidungsschlag. Na komm. Zeig, was du kannst. Okay. Wenn das alles ist, was du kannst. Nein, Spaß. Durch zumürbende Präsenz ist der Entscheidungsschlag so extrem klein, dass, ja, dass man den Dachauern treffen kann. Und wait for it. Wundervoll. Genau sowas wünscht man sich doch. So, und ist hier hinten noch jemand? So, mein Totem ist zerstört. Der Generator ist dabei getreten. Ich laufe jetzt weiter im Schockmodus rum. Ähm, die Überlebenden haben es jetzt sehr sch... Wer da hat geschrien? In Wahnsinn 3 ist sie jetzt gekommen. Hier unten lang irgendwo. Da ist sie. Hallo, Claudette. Ja, das schaffst du nochmal durch. So, damit habe ich dich aber geschockt. Und jetzt kann ich dich treffen. So, jetzt... Bist du aber langsam fällig, meine... Oh, das war hart im Nehmen. Gut gemacht. Oh, und dich habe ich noch erwischt. Wie fies. So, der Generator war schon an. Darum gehe ich nicht durch die Toilette durch. Weil ich mich vorstellen könnte, dass hier ein Überlebender irgendwo im Schrank sitzt. Und sich denkt, hey, geh durch die Palette. Dann kann ich dich stunnen. Nein, nicht mit mir. So, Claudette kommt ab an den Haken. Zack. Der Generator ist zurück. Überladen ist drauf. Dadurch bekommen sie einen winzigen Skillcheck. Wenn sie den Generator wieder anfassen. Und der Generator oben wurde aktiviert. Der geht noch zurück. Oh, da. Hallo, schweiz. Dankeschön. Die Bestellung nehme ich doch glatt mit, lieber Pizzabutter. So, du kommst hier unten ran. So, und ab an den Haken. Zack. So, ich frage mich. Okay, ich wollte gerade fragen, wo der letzte ist. Aber der geht jetzt hier hinten zur Rettung. So, und heilen die sich? Oder? Das ist zumindest der. Ach, verdammt. Ich dachte, hier wäre ein Fenster. Habe ich dich einmal. Kledet schafft es nicht, sich zu befreien. So, Clip Tride. Und jetzt? Jetzt ist es zu. Jetzt kann ich dich niedermachen. Habe ich dich? So, ich hänge ihn, denke ich, hier hinten hin. Wo die Kledet hing. Die Kledet ist wirklich hier an den Generator nochmal gegangen. So. Die würde jetzt wahrscheinlich versuchen zu retten, aber das wird sie, denke ich, nicht mehr schaffen. Habe ich dich. Puh, das war's. Schnelle Runde. Und die Überlebenden haben, sind den Doktor erlegen. Ich hoffe einfach mal, dass ich meine Daily geschafft habe. Ich glaube, aber ich habe genug geshoppt. Ich hatte nämlich eine Daily, dass ich viermal Überlebende shoppen musste. So, aber der Wahnsinn. Sie sind dem Wahnsinn anheim gefallen. So, Palette weg. Und die Überlebenden verenden. Das ging recht schnell. Ich glaube, die waren nicht so richtig auf den Doktor vorbereitet. Und auf das, was ein Doktor alles so kann. Aber die waren auch ziemlich... Ja, die waren irgendwie ein bisschen verwirrt. Die haben mich nicht wirklich so lange hinhalten können. So, aber nun mal. So ist das nun mal. Ich gehe jetzt nochmal durch. Ich suche nochmal ein paar Paletten, die ich noch nicht zerstört habe. Ein paar Generatoren. Um noch ein paar Punkte zu machen. Aber ich glaube, hier geht noch etwa alles zurück. Durch Überladen haben sie ja jetzt auch nur einen Generator so wirklich machen können. Die anderen Generatoren... Na gut, die haben sie nicht mehr angefasst. Da habe ich die immer weit genug weggejagt. Der hier geht auch noch zurück. So, und dort hinten stirbt jetzt auch der letzte Überlebende. Ja, schöne Runde. Der Bild für den Doktor, den ich hier spiele, der ist ziemlich fies. Ruin hat auch, naja, was heißt lang gehalten. Aber er hat doch lang genug, dass ich mindestens, ich glaube, zwei Leute aufhängen konnte. Aber ich glaube, für dieses Dok-Build ist Ruin nicht mal so richtig notwendig. Durch Überladen und zermöbelnde Präsenz und verstört. Kommen die Überlebenden kaum zu Generatoren. Wundervoll. Daily geschafft. So, hier schreibe ich nochmal GG. Und dann wollen wir mal schauen, was wir hier für Überlebende hatten. Ein bisschen mehr Jagen. Ich hätte den Double-Pip geschafft. Ein bisschen mehr Verletzen. Die Runde ging wahrscheinlich dem Spiel ein bisschen zu schnell zu Ende. So, okay. Das war der Rage-Quid, der seinen Entscheidungsschlag nicht treffen konnte. Ja, die waren jetzt nicht unbedingt so gut im Rang wahrscheinlich. Die hier sah immer noch am besten vorbereitet aus. Naja, gut. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.